Willkommen in deiner tatsächlichen Lebenswirklichkeit, wenn du in einer Stahlwerkstatt stehst, da brauchst du einen Winkelschleifer. Du wirst lachen. Also ich habe auf jeden Fall zwei. Klar. Die Trenn- und die Lamellenscheibe, die sind bei mir dauerhaft hinten immer greifbar auf meiner Werkbank. So, durchmessertechnisch 125. 125 mm. 115er passend natürlich auch. Das ist eigentlich auch ein Feature, was ich nett finde. Du hast einfach hier den Schlüssel zum Scheibenwechsel immer im Griff. Ja und leistungsmäßig bist du ungefähr wo? Liegt bei 900 Watt. Genau das richtige Gerät, um Schweißnähte einzuebenen, um mal eben ein 2 mm starkes Rohr zu kappen, also entgraten, Schweißnähtvorbereitung und so weiter und so fort. Die sind im Lieferumfang bei euch? Trennscheiben? Achtung, nicht die Lamelle, die Schrubbscheibe. Okay, aber die kriegt man auch bei euch? Kriegst du bei uns. Aber auch da nochmal der Hinweis, wir haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt? Zwei Jahre, dann geht es an den Kleber. Genau. Also wir haben Gewebe hier, das Gewebe ist verklebt und wenn Stücke davon fliegen gehen, dann... Tut weh.